Das Interesse war riesengroß, da bei diesem Badessee ein Badeverbot von den Behörden schon längere Zeit verhängt worden war. Der Grund waren gefährliche Algen. Herr Eier und Dööck hat es den Leuten erklärt, wie er vorgehen wird, hat eine Wasserprobe genommen, diese analysiert. Feinflächig wurde die Oberfläche des Sees mit der Formula mittels einem Drettbottes benetzt und der Algenteppich beginnt sich sofort den Bionitriens umzuwandeln.